So Freunde, neue Folge, neues Glück. Schaffen wir es zum Rathaus? Das ist hier die Frage. Weißt du mal nicht, ergreifen. Weißt du mal nicht, ob das so richtig ist, die Zombies so anzugreifen? Aber letztendlich, es waren nur drei Stück. Die müssen ja zu machen sein. Irgendwo können wir das Ding irgendwo gebrauchen. Wir können es auf jeden Fall schieben. Die laufen uns auf jeden Fall hinterher. Ja, unsere Verfolger, äh, unsere, unsere Verbündeten, meine ich. Okay, ja. Schön bücken, genau. C ist ja eigentlich, äh, ne, X ist ja immer, genau. C ist crouchen, also, ähm, gucken und, äh, X ist eigentlich immer gucken. Sind wir nicht von unten rausgekommen? Ja, ne? Wollen wir wieder nach unten? Ne. Glaube nicht. Vielleicht, ah, warte mal, wir könnten das vielleicht rausziehen. Genau. So machen wir das. Okay, dann mal los. Ob das funktioniert? Okay, das ist von der Show und ganz gut zu laufen. Blacktail fand es immer sehr anstrengend. Redet das auch. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Jo, hat funktioniert. Sehr gut. Ich hätte lieber mal gucken sollen, ob hier noch ein Zombie ist. Ich bin hier einfach runtergesprungen, so ganz blind, ohne zu gucken. Aber die Frösche sind trotzdem da, das finde ich auch geil. Okay, macht's auf. Sehr gut. Ich höre nicht. Normalerweise müsste jemand sichern und dann sagen, okay, pass auf. Ach du Scheiße, wie viel kommen denn da? Oh, Glück. Alles klar. Ich hätte mir eher Sorgen gemacht, dass hier drin noch welche sind. Okay, die werden irgendwann aufgeben, denke ich mal. Ah, noch eine Hand, ey. Hier geht. Hat das ja sehr blind, wie die hier reingefahren sind. Versammelt, äh, verwende gesammelte Teile, um da eine Waffen an einer Werkbank zu verbessern. Da bin ich ja mal gespannt. So, was haben wir denn hier? Das ist, er fordert Stufe 1. Ja, wir können ja mal untersuchen. Wir haben immer noch keine Stufe 1, das verstehe ich nicht. Ach doch. So, ermöglich mir die Waffe schneller nachzuladen. Magazinkapazität. Okay, uns fehlt einfach zu viel. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Wollen wir mal bei dem Ding hier? Hätte sie fast. Ne. Ne, leider nicht. Können wir nichts machen. Schade. Schade Schokolade. Naja. Willste machen. Okay, aber nochmal theoretisch Molotow-Kokkel leerstellen. Jetzt ist ja wirklich die Frage, wie kommen wir da raus? Und ich hätte eher gedacht, dass wir mit dem LKW irgendwie abhauen. Aber ich denke mal, es geht hier durch. Es sind echt wenig Zombies hier, also. Boah, ist das dunkel hier, ey. Okay, hier geht's wahrscheinlich hoch. Sehr gut. Ich hoffe, die anderen beiden kommen noch mit. Eine Art Museum oder so hier, ne? Ja, ganz toll. Außen rumgehen. Wir sind hier. Tess. Nein, nein. Scheiße. Tess. Na klar, Sakel. Ja, ist da von hinten ran, oder? Hat mich nicht zu sehen. Sind ja nur drei irgendwie, ne? Alter, wir wurden gebissen. So schnell wird man hier gebissen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Freunde. Ohne Scheiß. Das ist ja krass. Dann hätte ich ja gleich ballern können. Macht's ja keinen Sinn zu schleichen. Alter, Freunde, das gibt's doch gar nicht. Also, okay. Ich hab's ja begriffen. Wir können, ähm, nicht einfach rangehen und die so platt machen. Wir müssen ganz diplomatisch versuchen, die zu killen. Einen nach den anderen. Okay. Ah! Okay. Oh oh. Oh gut. Lauf, Forrest, lauf. Aber warum haben wir denn keine Munition mehr? Warte mal. Ich hab's ja wieder verkackt. Okay. Jetzt aber V. Und dann die andere Waffe. Ey, Freunde. Ey, ich lass die Kills aber drin jetzt. Ich schneid die da nicht raus, ey. Das ist ja schon peinlich jetzt hier. Okay, man muss sich mal langsam dran gewöhnen. So, letzter Versuch. So, wir nehmen gleich die andere Waffe. So. Okay. So. jetzt aber gut hier oder sehr geil so munition position alles klar super schön nachladen wer hier wenn die anderen eigentlich rauskommen oder wohl ich muss ja einfach nur mal umlaufen ist es ja immer hier durch ja habe ich viel gelernt ich weiß auf jeden fall nächstes mal so funktioniert es dann nicht muss da ein bisschen geduldiger sein und du kannst hier nicht einfach kamikaze machen es sei denn du hast die richtige waffe hoffe dass ich die beiden dass ich testen die andere auf jeden fall noch finde alter gut nicht schlecht so headshot jetzt muss noch mal gut sein hier oder die haben wenigstens mal noch gut munition die ich einsammeln kann das ist schon mal sehr gut ja tut mir leid dass ich da die drei stellen so verkackt habe dass drei wiederholungen brauchte was willst du machen wenn man es nicht kennt ne dann ich würde es auch geil finden wir mal ein gewehr finden würden oder so sie sagt oh mist naja also ecke hier ist mir auf jeden fall lieber irgendwas lösen ne ecke ist mir auf jeden fall lieber als da drin also ganz zombies dauern na da hat sie recht jetzt tragen sehr gut wo müsste das überhaupt hintragen ist da habe ich gar nicht drauf geachtet ist hier zwei bretter da ist es unser zielort ok mal muss ich mal überlegen wo wir hin müssen so erstmal leg erstmal weg mit x ja mit x nicht mit das brett da hinlegen ja guck mal sonst wäre ich da nämlich hochgeklettert platzieren okay nö doch der richtige weg okay sei vorsichtig hoffen wir nun mal dass das brett hält sie ist schon voll angefressen obwohl wir ihr die ganze zeit den arsch retten unglaublich kann man so undankbar sein schon wieder 15 minuten rum wenn ihr die zeit vergeht ne folge 30 minuten ist gar nix und ist es das was du dir erhofft hast ich weiß noch nicht aber man was für eine aussicht hört echt toll aus ne es ist fast geschafft reiß dich zusammen ja ma'am reiß dich zusammen ich kill die ganze zeit die zombies gehen voraus mach die wege frei ziehe die schränke beiseite und sie sagt reiß dich zusammen also ne 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 wobei gut gefightet hat sie ja auch ne muss man echt sagen naja jeder kleine abstecher könnte natürlich auch einen tot bedeuten wenn so ein bisschen mal nebenbei noch was zu finden oder so wäre auch nicht schlecht ich denke mal wir looten viel zu wenig so über den zahlen müssen wir das müsste doch doch reichen oder oder ach ne da müssen wir rüber klar falscher weg macht nix ja bleibt da ruhig stehen ihr könnt ja nicht mithelfen und dann um mir hinterher zu sagen hey bleib ruhig bleib ruhig genau ich bleibe ruhig so super keine zombies in sicht ne na also oh die sonne ey das liebe ich ja mal also nicht ganz düster sondern halt auch so ein bisschen realistisch dass trotzdem die sonne schallt auch wenn zombies überall sind auf der rechten seite sieht es flach aus folgen ja sieht geil aus ne oh das sieht aber auch geil aus ja keine wasser zombies hier sie könnten ja auch mal auftauchen mal gucken vermute mal wir kommen zu spät wie immer ja hab ich's nicht gesagt komm zu spät und was machen wir jetzt was machst du da test vielleicht haben sie sowas wie eine karte oder irgendein hinweis auf ihr ziel wie weit soll das hier noch gehen weit wie es eben gehen muss wo ist dieses labor oh ich weiß es nicht sie hat nur gesagt es wäre irgendwo im westen was machen wir hier das geht uns nichts an was weißt du denn schon über mich ich weiß dass du klüger bist als das ach ja wir sind abscheuliche menschen joel und zwar schon echt lange nein wir sind überlebende das ist die chance es ist vorbei tess wir haben es versucht gehen wir nach hause ich werde ich gehe nirgendwo hin hier ist endstation was irgendwann musste es ja vorbei sein was erzählst du da nein fass mich nicht an oh nein scheiße sie ist infiziert joel lass mal sehen ich wollte nicht zeig es mir oh god weil sie hat sich noch nicht verwandelt genau wie die kleine zeig mir deinen arm das ist drei wochen alt mein bis ist eine stunde alt und ist schon schlimmer das hier ist real joel du musst die kleine zu tommy bringen er kannte diese leute er kennt bestimmt auch ihr verstecken oh nein 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 du wolltest das hier ich mach das nicht mit doch machst du hey ich weiß ich bedeute dir genug dass du mir diesen letzten wunsch nicht abschlagen kannst also bring sie zu tommy oh shit ja dann müsste man sie aber auch umbringen ne bevor sie sich verwandelt oh nein jetzt kommt die armee wieder verdammt wir sollen dich einfach hier lassen das werde ich auf keinen fall ich verwandle mich nicht in so ein ding na los mach es mir nicht so schwer ich kann kämpfen nein geh einfach na komm lass uns abbrauen geh doch endlich wenn sie das möchte aber okay ich kann das sogar verstehen bevor sie zum zombie wird also ihr letzter wunsch den wir ihr noch erfüllen können ja es ist so ein bisschen suicide by cop ne was ihr jetzt macht oder hier ist natürlich noch ein bisschen loot war natürlich sehr geschickt komm wir hauen nach oben ab ja okay das war ja eine ganz dumme idee können wir ja nur hier lang wir gehen hoch kommt man vermutlich raus jetzt lauf einfach weiter sie hat zwei männer getötet verstanden du, brich die Tür auf du, komm mit oh mein Gott Gewehr okay hab ich nicht ganz weg gesagt wir bräuchten Gewehr sehr geil das ist doch mal was Jackgewehr neue Waffe wir wollen mal ein Heddy oder ja da mal schön nach nur ein Einschuss ey das ist ja auch Gott hier ist ja nur noch einer glaube ich Alter der hat gesessen der war geil geiler Schuss weil wir uns ja bewegt haben ne ja Elli ist jetzt unsere Begleiterin es ist leider gestorben ja was willst du machen das ist leider so aber ich find's so geil dieses Zwischenmenschliche ne das nicht nur um die Zombies geht das ist ja wie bei Walking Dead sondern halt auch verschiedene Gruppen Armee und Machtverhältnisse okay das sind wirklich zu viele glaube ich ach das war eine Statue wir müssen die Pistole nehmen das ist ja blöd gemacht mit dem Waffenwechsel ich lade nochmal nach boy okay er hat gesessen ich hab eigentlich gedacht dass es noch mehr sind nochmal nachladen oh komm finaler Schuss scheiße okay na da ist noch einer guck mal ob wir hinten und hinten heranschleichen können dass sie gequatscht hat fand ich sehr unrealistisch und dass sie da rumkrabbelt hier auch sehr unrealistisch so okay Munition Munition hier wird auch noch Munition sein aber leider nicht für die richtige Pistole die wir gerne hätten so hier haben wir jetzt 18 Schuss nehmen wir die erstmal super dann haben wir den Ausgang mal gucken sehr gut haben wir jetzt hier noch Zombies oder war es das dann das ist eine gute Frage hoffe dass sie auch so in der laufen kann hier scheint es nicht weiter zu gehen noch warte mal hier ja auch nicht ja weil er hat ja gesagt oder sie hat ja gesagt hier ist der Ausgang ah ok hier Park Street öffentlicher Nahverkehr Boston ne tolle Information ja sehr begeistert ja sehr begeistert ok Dana Fluchtmodus oh man sie ist echt der Schlüssel zum Gegenmittel der Nummer 1 ist ausgeschaltet ist auch weg Klicker nennen sie die das finde ich auch sehr krass Zombies ok ok hier werden bestimmt auch noch einige rumlaufen wie sie kann nicht schwimmen wir können ja sogar tauchen ey wie geil ist das denn ja krass ah ok keine Sauerstoffanzeige also ich weiß nicht ob ich hier trinke oder nicht der Ellie kann doch nicht schwimmen du Nase mir geht's gut ok sie ist jetzt da ok wie hat's denn das jetzt gemacht äh das ist wieder seltsam ja ja warum bin ich denn nicht gleich oder warum ist hier der nicht gleich hier lang gekommen sehr seltsam Mensch Ellie überrascht mich immer wieder super so lesen dein Kontakt ist ein Typ namens Frank der er ist der Typ von draußen mit dem ich Handel getrieben habe er will in die QZ zu Boston rief ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street neben dem Rathaus anbei die Visum und eine QZ-Papiere wie gefällt dir die Arbeit sei vorsichtig da unten einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet wo zum Henker ist der Kerl ich warte hier schon seit zwei Stunden schwitze ich glaube da im Schatten bewegt sich etwas mir ist als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen ich gebe ihm noch eine Viertelstunde dann gehe ich zurück ja Freunde wir gehen jetzt auch zurück ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil hat richtig Spaß gemacht geiles Teil geiles geiles Game Remake hat sich gelohnt zu holen wir haben gewartet es läuft jetzt stabil keine Patches mehr alles prima okay haut rein zum nächsten Mal go